allöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge start you valley mit mir eurem sepp servus ja heute werden wir hier mal living on the land angucken was uns absolut nichts bringt ihr ja wisst sind wir arme fischer die von der hand in den mund leben ich möchte mir heute die nächste angel holen was ja auch mit gleich die letzte angel ist aber relativ viel geld kostet ich musste zuerst mal hier die bytes rausholen gut wir laufen zum strand das ist unser lieber kollege der die angeln verkäuft wir holen uns die iridium angel und die iridium angel kostet sieben tausend was natürlich dementsprechend schon eine stange geld ist für uns ich hoffe ich finde noch ein rottisch und radieschen wir laufen mal schnell oben lang die hecke hier kurz auf meine uhr gucken dass ich nicht wieder überziehe licht an damit ich auch sehe man kann es weitergehen hier ja da ist es schon mal wir nehmen das ja auch noch mit dann haben wir zumindest den herbst abgeschlossen und dann müssen wir noch in die mine ganz schnell kupfer besorgen weil ich euch dann mit der nächsten angel bekommen wir auf unsere angeln noch mal ein zusätzliches equipment drauf was verschiedene effekte hat und da lohnt sich eines besonders so einmal zweimal dreimal bündel komplett kriegen zwar nur das hier aber dafür wird der nächste raum geöffnet und wenn wir dann im sommer noch das andere bündel öffnen dann kriegen wir glaube ich das bullet board und dort gibt es dann die möglichkeit ein seed maker zu bekommen ohne dass man farming level 9 wird also muss ich aber erstmal gucken ich glaube da braucht man einige sachen dann waren noch sachen die man erst im zweiten jahr bekommt müssen wir mal gucken wie viel platz haben wir denn eigentlich nicht so viel wir gehen erstmal zum strand dort haben wir mittlerweile eine kiste platziert da taunen wir uns alle sachen rein das kostet wieder richtig viel kohle sind so schon nicht die reichsten wobei ich sagen muss dieser ausflug letztes mal in die mine hat mir sehr gut gefallen ich möchte jetzt dann versuchen auf stufe 5 man das ist echt nervig so so komm hier einer hier wunderbar so um beiz gehen wir so geladen 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 bin ich froh wenn wir die nicht mehr laden müssen aber wir müssen echt mal gucken ob sich das denn dann auch lohnt so krabben da rein nehmen sie die muschel ob das nehmen wir noch mit das auch das auch das auch gut das trims können wir noch verkaufen eine krabbe eine muschel die muffel auch sonst haben wir echt viel trash bekommen müssen wir echt mal gucken entweder wir gehen dann später auf masse und nehmen wirklich dann die möglichkeit dass wir nicht mehr nachrüsten müssen die dinger also jedes mal ein köder rein oder wir gehen halt auf klasse und machen nur wenige und dafür haben wir nie trash ich weiß es noch nicht das ist nämlich eine echt schwierige entscheidung muss ich sagen weil die sachen kann man auch nicht mehr ändern und rum probieren wunderbar und welches level waren wir denn jetzt eigentlich schon 45 wenn ich mich nicht irre das heißt wir gucken ob wir auf stufe 50 60 ist es glaube ich erst recht sich ist glaube ich der nächste sehe da habe ich vergessen die angel zu kaufen gell man bin ich verplant heute gut wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen kupfer mit weil das brauchen wir auf jeden fall für den popper zum basteln ich kann ihn euch hier auch mal kurz zeigen damit ihr wisst von was ich rede den trap hopper wir haben jetzt den spinner und den trap hopper bekommen und der trap hopper der gibt uns die möglichkeit dass ihr seht der kostet nicht viel der geht zwar von der qualität nach der zeit je nachdem wie oft man ihn benutzt runter und man muss ihn dann neu bauen beziehungsweise reparieren ich weiß nicht wie das ganz genau abläuft aber da unten steht dass halt die fische langsam es capen können also ich denke dass sich das darauf aufwirkt wie schnell die nach oben oder nach unten huschen natürlich für uns extrem wichtig weil wir wollen ja schwierigere fische fangen die uns dann auch im endeffekt mehr geld geben während der spinner zwei eisen kostet das hätte ich natürlich da übernimmt aber quasi die aufgabe von den ködern und da muss ich ehrlich sagen ich habe eh schon die köder drinnen und ich kann leider nicht beide fishing tackles rein machen sondern fishing tackles und einen köder deswegen ja müssen wir halt gucken 15 war kupfer glaube ich das wäre halt würde ich halt lieber halt das empfehlen dass es langsamer macht ich glaube das ist sinnvoller kupfer kupfer ja wir haben jede menge back meat buck meat so wunderbar wieder ein bisschen köder gehen wir mal auf stufe 20 in hoffnung dass da ein bisschen eisen gibt der kupfer kupfer nein aber wir haben ja wieder buck meat da ist kupfer und noch mehr buck meat so der verwandelt sich ganz schön ganz schön ganz schön wunderbar und die zwei kupfer dinge erreichen uns auch wir müssen ja nur ein kupfer packern schmelzen und drei habe ich auch noch rumliegen aber wir brauchen auf jeden fall noch mehr kupfer für mehr traps das machen wir in einer anderen folge dürfte nichts verpassen dürfte nichts verpassen ja da sind wir auch schon wir werden jetzt hingehen und uns diese neue angel holen guten morgen weil dann können wir im sommer schon mal auf jeden fall auf diese kugelfische losgehen mhm iridium angel 7500 das ist das lead popper ja das soll nicht so cool sein der sorgt nur dafür dass euer grüner balken die ganze zeit nach unten geht also ein gewicht wir werden jetzt hier die angel kaufen und wir können auch hier den trap aber der kostet 500 ne das geld haben wir nicht das müssen wir uns hier selber machen wir tauschen mal die angeln dann werden wir hier die hälfte nehmen geht übrigens mit umschalttaste rechtsklick nur die hälfte zu nehmen für jeden der ist nicht weiß wir könnten eine bombe basteln und dann versuchen wir gleich mal mit unserer iridium angel hier mal ein bisschen was zu angeln hit oh ein herring wunderbar nein wollen wir nicht wir laufen zurück ich möchte noch den popper ransetzen und wenn wir den popper haben gucken wir morgen dass wir mal in der mine vorankommen ich weiß noch nicht ob ich das mal auch überspringe ich sag mir die mine ist jetzt nicht so mega interessant für euch ich habe mir übrigens so angeguckt wie das läuft mit dem joa cola market ähm ich bin echt am überlegen ob ich das mache weil theoretisch geht mir quasi alles am arsch vorbei was hier so farmer mäßig passiert und ähm ist natürlich auch schwierig ohne diese ganzen farm geschichten äh voranzukommen mit dem community center deswegen werde ich nur maximal ein bisschen gucken dass ich die wichtigsten sachen im community center mitnehme und ähm den rest gut sein lasse weil es ist echt echt schwierig sonst so die machen wir hier drüben hin so für bahn hatten wir keinen mehr dann 1 2 3 4 4 5 6 die macht 1 10 wunderbar trash haben wir gerade keinen noch einmal einmal zweimal dann gucken wir mal was wir hier noch so fangen können gerade jetzt wird das ding fertig joo noch mehr trash warum auch nicht wir wollen trash 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 so wo bist du denn hier wunderbar da müssen wir mal gucken in wie fern das runter geht dieser popper von der qualität na hab ich rechts geklickt ich deb gut dann ähm würde ich sagen der tag ist eh schon fast rum auch wenn ich noch hoffenweise energie habe egal ich habe heute keine lust mehr da noch loszulaufen doch der nachteil wenn man jedes mal zum strand rennen muss um seine körbe zu lernen ja ein herring ein goldener herring 45 toll 26 26 regnet ich glaube es regnet ja es regnet äh nichts zum essen dann sagt er mir wick aus im wick und ich habe schon die neueste route deswegen die hans peter meine mama hat mir geld geschickt wunderbar das kann man immer gebrauchen modi geld kann man immer gebrauchen gut dann antun jetzt hier mit poppers bewaffnet gehen wir in die mine und schauen mal dass wir noch ein paar von diesen stein fischen bekommen beziehungsweise eigentlich sollte ich gucken dass wir noch weiter runter kommen wir gucken dass wir weiter runter kommen ich glaube das ist die bessere wahl weil die steinfische die geben 300 die schlechtesten und dann in 15 level kommt der nächste see gibt es die eisfische mit dem popper hoffe ich mal dass wir in der lage sind die relativ einfach zu fangen und die geben schon 500 von 300 auf 500 ist natürlich ein riesen schritt jetzt killen wir erstmal hier den slime das ungute gefühl dass der hier was mit dem abgang zu tun hat schau nicht so böse du weißt ganz genau dass du vertrauschen wirst bist du blut ist gut dann müssen wir wohl energy verbrauchen aber ich habe kohle dabei ja da ist ja schon gut gucken ob wir hier was neues finden nein ja da wollen wir nicht aquamarine nee wollen wir auch nicht unbedingt gucken wir mal ob wir hier unten den abgang finden wird jetzt natürlich schon schwieriger wenn wir nicht die nächste spitzhacke haben wollen wir ewig um solche steine zu zertrümmern noch mal fünf level schaffen ist gleich schon gut da ist ja schon der abgang wunderbar ignoriert es mal das eisen und so brauchen wir eh nicht mehr für die reisen quasi uninteressant weil wir das jetzt hier mitnehmen später bauen wir es ja noch fürs werkzeug oh ein ring ein ring of fire mehr flader maus wunderbar gibt mir sogar noch den abgang äh was kann der magnet interested your radios auf collection von irgendwelchen scheiß gelöhnt wunderbar oh kisten mag kisten schon erwähnt dass ich kisten mag kisten ich wähle kisten oh hardwood brauchen wir auch noch für den pferdestall weil es jetzt nicht unbedingt ein level brauchen wir noch nein ich will ich nicht so wir kriegen neue schuhe tundra boots die tundra boots machen defense und immunity also quasi kriegen wir ein defense mehr die schuhe wollen wir natürlich nicht mehr haben ich bin mir nicht sicher ich mach das immer so ungenäuer aber noch ein monsters oje oje ey der hat ein sternchen irgendwas wollen wir mit den sternchenviechern gott gott krieg ich hier auf den sack ich bin mir auch nicht sicher ob wir alle monster töten müssen ich werde auf jeden fall die mit dem sternchen auf dem kopf mal töten weil ich weiß dass sie irgendwas spezielles geben hat er den hết gesehen Oh ja. Woodenball. Perfekt. Was weiß ich doch, der gibt irgendwas. Speed 2. Was hat meiner? Speed 2. Mehr Gewicht. Plus 2. Und der hat einfach nur Speed 2. Macht aber tausendmal mehr Damage. Oh Gott. Auf jeden Fall sehr langsam im Angriff. Muss man ein bisschen mehr Timen. Aber macht natürlich auch viel mehr Schaden. Müssen wir mal so ein bisschen abwägen. Ewas hoch. So ist es natürlich auch noch. Auf die Mütze. Er greift er eigentlich gar nicht so langsam an. Man kann sich nur nicht wirklich bewegen. Können wir nicht durch. Three hits. Und es ist vorbei. Wunderbar. Jetzt laufen wir mal nur durch, weil wir brauchen noch die Energy. Aber die Kohle nehme ich mit. Nein. Kohle, Kohle, Kohle. So brauchen wir nicht. Quatsch. Dann hat sie irgendwo den Abgang. Oh, geil ist da. Das ist natürlich hier bitter. Das einzige was wir helfen können ist, dass die Viecher hier irgendwie was haben. Hit and run, hit and run, hit and run. Oh, den hat es voll aus dem Bild gefickt. Noch einmal. Ja. Eine Säuren, eine Desen. Oh. 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 hat es noch das voll weg das ist richtig krass sind wir denn 53 kriegen wir irgendwie gleich den abgang natürlich genial eine versuche was dann wenigstens wert weiswert da ist er und jetzt ist halt die frage ob hier ein offener irgendwo rum schwirrt ein kurzes level absuchen aber ich glaube es ist nicht schon wieder zeitmangel haben wir jetzt los so raus hier fünf level müssen wir noch schaffen dann war's das wunderbar ich glaube jetzt nach hause lege mich ins bett und regenerieren mich bis dahin schalte ich hier schon mal aus weil das braucht ihr nicht sehen nicht mich ausziehen ins bett lege wir sehen uns sind und hören uns vor allem in der nächsten folge bis dahin wünsche ich viel spaß beim selber dadeln vergesst nicht daumen hoch und kommentare ideen anregungen was auch immer sehen wollt immer unten rein bis dahin macht's gut euer sepp